So, meine Damen und Herren, machen wir weiter mit Resident Evil 7, der PS5-Version. Da ist immer eine Ladezeit. So schnell können wir gar nicht mehr trinken. Aber wir müssen uns, glaube ich, jetzt die Lampe holen. What the fuck? Well, that's special. Schatzfoto. Schatzfoto. Das war, glaube ich, im Wohnwagen, in der Toilette. Das war, glaube ich, zum Nass. Das war, glaube ich. Ich weiß, die können unten sehr viel holen. Das war, glaube ich. Das war, glaube ich. Das war, glaube ich. So. 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 Ich kann gerade überlegen, ob ich auch die Schlüssel erst mal kurz wegpacke. Na, ich behalte die Schlüssel erst mal noch. Aber was ist denn noch verschossen wegen Dietrich? Was ist denn noch nicht durch? Ich schließe jetzt schon, dass ich nachher wieder draußen und her laufen muss. Oh, das ist noch nicht durchgegangen. Oh, das ist noch nicht durchgegangen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Oof! Wooh! 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 There's no escapes anymore! Wooh! 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 I'm gonna tear you bucket face up! I need your cruddy hands! I need your cruddy hands! Wooh! 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 Fuckin' stay dead! Okay? Wooh! 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 Da entsteht noch was. Da darfst du wieder sausen. Oh, hey, girl. Oh, 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 oh. So, Flammenwerfer kann erst mal komplett weg. So, oh, oh, oh. So, oh, oh, oh. So, oh, oh, oh. So, oh, oh, oh. So, 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 oh. haben wir wieder an. Oh Gott, ich glaube das ist es. Oh Gott. Oh Gott, es ist entspannend. True. Hast du es gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Wir werden wirklich mit dieser Sache ein Serum machen? Es wird gut. Nachdem wir es machen können, können wir hier rauskommen. Together. Ich werde dich warten im Trailer. Okay. 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 Jetzt Todos gibt es einen neuen maintenativen Schiff offices. das jenseits gibt es die wahl breit es kommt so ein krabbelviech es gibt es eine Zeit, sie und Mia sind hier mit mir und sie sind zusammen mit ihnen sie lassen sie gehen, was sie brauchen sie für? das ist Familie, Ethan, das ist nicht dein Problem, verstehe? jetzt, wenn ihr wollt, fühlen Sie sich gerne zu kommen und ich gebe es dir, aber nur wenn ihr teilzunehmen und ein bisschen, uh, activity I've put together just for you. What activity? Oh, 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 I know you're excited, but don't worry, it's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Oh, come on now, don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge! Okay, the pig is room So, now I need I think I need to go room 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 Ach ja, wenn ich noch scroplen kann, kann ich jetzt noch andere Türen öffnen. Okay, du bist ja schlank. Ich habe da unten noch so einen Klacki-Klacki-Klacki-Boybird. Oh mein Gott. Hallo? Ich will schon Flint aus, oder gib ihm das fucking Messer. Sorry, buddy. Oh shit. Oh. Oh. That pretty little thing? Well, if you, find out your keycard, you're gonna need to join the party. We're hanging over here. You gotta earn your way, isn't it? Oh, man. Oh. ich höre noch einen ich habe keinen Bock drauf, geh doch mal schneller hier ich weiß, dass da noch ein clipboard ist ich weiß, dass da noch ein clipboard ist ich weiß, dass da noch ein 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 Da habe ich das Schießprogramm noch mit. Könnte irgendwann richtig werden. Was bist du? Oh Gott. Oh Gott. Wo habe ich jetzt gerade nicht gerechnet? Ach, die Granny ist wieder am Start. Negroni, damit ich mal den Kopf schießen. Ah, die Zeit wie die anderen Uhren. Niemand. Schon hier gerade nicht in Ruhe? Oh Gott. Main Halls. Ah, okay, da war ich schon in den Raum. Oh. Ich habe doch eben gerade auch eine Schaschland-Uhr gesehen, oder nicht? Äh, klein auf 10, groß auf 3. Okay. Ach, scheiße, das ist der Bereich, ne? Oh Gott. Ach, ne, warte. Ist das nicht der Keller? Ist das nicht der Keller? Ich habe schon ein Bereich, ein Bereich weiter gedacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, auch was schön, wenn dieuel sagen das Aufschluss, der kannst sie wegschmeißen. oder so was konnte ich drücken was war das da kann man genau da kann die leiter und da das war auch was langes in diesem fall war lang die lampe flintenartraube die achse brauchen wir gleich bei draußen dann kann ich ja gleich glaube ich die andere flinte mitnehmen und die reparieren habe ich sozusagen zwei flinten und 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 Noch ein Teil. Ich glaube noch ein Teil war hier glaube ich nicht. Mit den Schlüsseln. Ich packe jetzt auch die Schlüssel weg. Die Schlüssel. Die Schlüssel. Die Schlüssel. Die Schlüssel. Ich bin gerade gegangen vom Geräusch. Ich kann mich jetzt schon mal heben. Die Schlüssel. Was brauche ich für draußen? Für weißer Jack. Also Jack war ja der Ding. Für Lukas glaube ich. Den wir jetzt noch haben. Eine Trophäe ist zum Beispiel. Es gibt glaube ich zwei Trophäen. Für glaube ich. Nicht mehr wie dreimal die Inventarbox öffnen. Und glaube nicht mehr wie dreimal speichern. Und ich glaube eine ist glaube ich. Spiele unter vier Stunden. Das ist gut. Das ist gut. So. Ja, deine Mutter ist auch wunderschön. Vielleicht doch. Benno, meinst man aber zwei. Stabilisator brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Das muss ich einmal kurz ... Wo waren die andere da oben? So, gehen wir mal die ... Okay, das kommt ... Achso, okay, das kommt erst bei ihm, bei du weißt gleich ... Da ist ein Klo mit einem Handtuch an der Seite ... Und ein Aschenbecher oben drauf ... Genau, das hatten wir ja schon. Das bist du hier, glaube ich. Dann kann ich dich erst mal schon mal wegpacken ... Weil dann brauche ich das Teil erst noch ... So, dann gucken wir uns mal eine Runde Happy Birthday an. ... 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 auch selber. Ich gucke mal ob ich dich anzünden kann. Ok, da war... Ich bin ein bisschen aufgerufen. Ich bin ein bisschen aufgerufen. Ich bin ein bisschen aufgerufen. Okay. Boah! Okay, dann muss ich dann doch wahrscheinlich einmal rücksichtig nehmen. Es kann nicht richtig halten. Digi, was sehe ich denn? Ich glaube, ich muss... Okay. Okay. Ah, loser. Okay. 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 Vielen Dank.